ja vielleicht irgendwas da unten der scheiße kommen nicht mehr raus mit durch durch das Wasser was machst du ich bin hier nicht mehr rausgekommen doch durch diesen das war jetzt kommen raus weil ihr wasser aufgegangen ist wo ich den Schall und die mächtige nach oben und lupen schweißen ein hier und jetzt und jetzt ich schieße es Ende wie sieht es aus und da unten ist durchgängig sind da gekommen Prozent Prozent von diesen Eingang diesen Eingang hier wo ich bin um ja hier geht's rein ich warte immer auf dich Nenner Lager so du bist schon da L 0 0 okay welche Richtung haben wir ja mal voll nicht gesehen was welche Reo die Erdung mit dem Strom okay dann gehe ich mal nach oben also hier ist nix ach so okay dann habe ich doch die richtige Richtung nirg nirg bitte in dem nirg nirg es ist ja hinten doch was nein kuck halt wo ich bin du Idiot ich laufe gerade hoch wo bin ich jetzt jetzt bin ich wieder hier und zu fuk und fach ist happening wo bist du hier wo ich hier ziehen wir hier rein oder ich blick's nicht wo geht hin 0 0 ok in irgendeiner ecke ist ein loch wo wo es alles wasser hinfließt oder der hat da muss was er hinfließt habe ich nicht gesehen als in irgendeiner ecke sammelt kunst wasser her ja schon aber da habe ich nichts gesehen ich hab das Loch auch nicht gesehen ich bin da zufällig eingefallen er mein gott alles klar äh also gut da hat uns ja richtig fett genutzt es ist all you always just stupid are you my king's das left for today i told you not to try to escape you will never find a way out of this factory neither will you find my core and destroyed my heart and software are full rip it so don't try to escape again if you run you're only going to die tired i need you for my tests i know it is selfish but this is my story we have to we have no time to waste go to the next room and take both place in the minecars and turn the lever so i will bring you back then to the testing area möchte was irgendwie vertraue ich dem nicht okay willst du rechts und links ich sitze okay ich will doch wo fährt er hin keine Ahnung wir fahren nebeneinander Alter ja auf loll 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 ist das was was war die jetzt in den wenn ich dich nachher mit schifft um es möchte aber die schilder aus Ah, this part of the factory is destroyed too. Since the taste area lies a bit fewer, I'll guess you have to walk, uh, and especially don't follow the other rail track. I'll have to kill you then, because you will get, uh, you will get too close to my car, I shouldn't have said that. Loll, komm hier nach hinten. Warte. Das ist eine Ding von 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 Super Mario, wie das Ding heißt. Bin da. Welches Ding? Da ist Zelda, aber lassen. Ja, ist das gleiche. Und ja, wo geht's jetzt hin? Kein Problem. Hier. Oh, Feuer. Ne, hier geht's weiter. Oh, Feuer. Also, ciao. Tschüss. Äh, davon ist Lava. Äh, lol, du hast den mal. Äh, was? Das steht stopp. Stopp, 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 stopp. Ah! Muss man da durch? Ich brenne. Ich hab so das Gefühl, man musste da durch. Ich brenne. Ich brenne. Wir müssen da durch. Nein, müssen wir nicht. Natürlich. Nein. Egal, ich sterb jetzt. Ja toll, wo bist du jetzt? Teleportiere dich mal zu mir. Ne, ne, ich lauf. Okay, warte, ich sitze hier mein Bett. Äh. 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 Weil ich finde kein Bett, warte. Bää. Hallo? Bää. Ja. Ich geb mir mal zwei. Eins für dich, eins für mich. Boah. Ich glaube, wir müssen da mit meinen Card durchheizen. Meinst du? Ja. Hast du noch zwei? Naja, aber ich cheat mir welche. Ne, warte, wir haben doch zwei. Eins steht da und eins ist ja wieder zurückgefahren. Was ist eins wieder zurückgefahren? Ja, das hast du doch zurückgeschickt. Echt? Ja. Das müsste eigentlich jetzt unten stehen irgendwo. Mal schauen. Also ich warte hier oben. Mal. Also so, jetzt gehe ich da wieder runter. Bin ich in der unterdischen Höhle. Wie weit bist denn du bitte entfernt? So, jetzt springe ich da runter. So, jetzt bin ich bei der Kartstation. Ah, da ist. Fahr mit dem einfach her. Mal gucken, ob ich dich schon sehe. Ne. Ich sehe dich schon nicht. Also du meinst, ich soll in Hocken bleiben. Ich fahre, ich fahre erst gerade mit der ersten Bahn. Ja, ich sehe dich. Ja, aber warum steht denn dann Stopp? Weil. Das heißt, wir sollen jetzt einfach Hocken bleiben. Ja. Okay, warte, schiebs ganz da hin. Okay. Bereit? Coco. Go, go. Da wäre noch ein Bett. Als ich habe mein Bettpunkt gesetzt. Ach so. Oh oh. Da ist drauf. Oh oh. Go, go. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ja, sehr gut. Ja, jetzt. Ich gehe mal schlafen. Meinst du echt nicht, dass wir da... Warte mal. Okay. Okay. Okay.